einmal kann er danach noch das picken machen aber dann muss entweder kommt darauf an wie viele wirklich dann wieder am start sind wollen wir wirklich jetzt schon austauschen besser ist besser ist wir brauchen ein gescheites team unter fünf darf man nicht außer haus gehen sagen wir es mal so ja wirklich sagen wir es mal wirklich so unter fünf sollten die neid rausgehen so windklinge wird mir jetzt mal definitiv interessieren dann machen wir mal lieber den dreier obwohl besser wäre es schon der gifftspur oder was nato kleiner bastard da muss ich wieder wechseln gehen super so windklinge ist einmal fällig und dann machen wir lieber gleich mal einen tausch oder ist schon fällig oder kannst du wieder zurücklaufen oder zu nehmen habschütte denkt was ist da los oder fünf minuten weg und guckt schon wieder auch kranz müssen sie was denken oder aber immerhin immerhin und dann kriegt man wenigstens okay das wenigstens angenehm war wenigstens angenehm sehr schön mit kratzer es kommt aber jetzt richtig gelegen oder das kommt auch richtig schön gelegen und dann haben wir auch den nächsten stufenaufstieg sehr schön der kratzer kommt jetzt wirklich wirklich sehr gelegen müssen wir gar ausnutzen zeit macht die andere attacke auch mal anschauen können aber ich bin scheiße ich bin scheiße ich bin scheiße ich bin lieb und geschafft auch noch na schau ach der zählt dann auch gleich für anfang an mit aha interessant interessant dass der gleich für anfang an mit zählt ich hätte einmal gesagt habe schauen wir jetzt einmal dass wir da mal die anderen auf Fünfe kriegen und dann machen wir ein bisschen weiter sonst bleiben wir immer wieder stecken Oh, da hätte ich gesagt gehabt, dann tun wir lieber klar wechseln tun wir lieber klar wechseln bevor der Maio geht dann braucht er trotzdem nur die Punkte und der halte doch ein bisschen mehr aus sehr schön, sehr schön, der kann wenigstens eine Attacke aber ist halt so kannst du ihn gestehen? Säurebombe da? Giftbombe oder was auch immer das ist? Kannst du das schon? Ich hoffe, du kannst das Really? Er kann es nicht Ist eh klar, wir erwischen genau den, der was es nicht kann aber ich glaube, der kann es erst ab Level 5 Aber sehr gut, wir haben eine Stufe 5 Windlinge, let's go und Schüchterschild Also das ist gleich mal komplett wenig, what the fuck? Defense, sehr schön! Wieso kann der das jetzt schon? Wieso kann der das jetzt schon? Ja, ich boxe nicht, wie der ausschaut, ich boxe nicht So passt So, wir haben noch 3, 3 haben wir sowieso noch Oh eh, da war eh Na gut Einmal die Windlinge Einmal die Giftspuren Ja, soll der andere daherkriegen Hey, immerhin, wenigstens der ein oder andere hat wenigstens mal kein Gift da rausgekaut. Aber der nächste Uhr. Genau viel wichtig, du Vorschläge. Genau viel wichtig, ihr seid Wichser. Gerade der, der was schön ausdeilen kann. Gerade der, der was das Hauptding ist. Ich würde sogar doch lieber das Gift doch zusätzlich, allein schon wegen der Defense, weil ich glaube, die mir da jetzt nicht fertig machen können. Ja, genau. Und durch das Gift wäre es, glaube ich, möglich. Ja, durch das Gift. Safe, safe. So, Windklinge da oben und tschüss. Tschüss, das Schild und tschüss. Das ist eh fällig, das ist eh fällig. Ach so, warte, das hat kein Gift abgekriegt. Okay, 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 okay. Jetzt ist auch schon wurscht. Aber jetzt müssen wir, jetzt müssen wir abwarten. Windklinge ist schon fällig. Bisschen erleben, gell? Nein. Machen wir lieber einen Tausch. Nein, 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 machen wir lieber einen Tausch. Machen wir lieber einen Tausch. Dann holen wir sich den dazu. Und da hole ich mir auch gleich mal. Oh, man sich, wo man sich den dazu. Ja, soll es auf alle aufteilt werden. Na moin. Kriegen halt die wenigstens den Schaden, aber scheiß drauf. Der haltet wenigstens ein bisschen mehr aus. Kriegt wahrscheinlich halt die Bauch noch ab. Aber dafür sind die wenigstens beide fällig. Aber sowas von fällig. Und da eine könnte ja vielleicht sogar auf Stufe 4 kommen. Alter. Was gibt es Besseres, als wie leider mal ein Gift abzukriegen. Wahnsinn. Windklinge und Tschüss. Beide sind hier. Einmal. Komm, 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 bevor der irgendwas macht. Boom. Yes. Yes. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Nice. Sehr schön. Passt. Können wir das Team eigentlich hier auch so lassen? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wahrscheinlich kommt da der Link später runter, wenn wir klettern können. Und Surfer können. Irgendwas in der Richtung. Es muss Surfer gehen. Es muss Surfer gehen. Passt. Windklinge. Einmal safe. Und giftige Spuren. Geh mal da auf. Na, Rudi, du musst ein bisschen durchhalten. Jetzt. Jetzt musst du ein bisschen durchhalten, ein paar Runden. Er weiß, es wird jetzt ein bisschen schwer. Aber vielleicht trifft ihr auch den anderen. Bei den anderen würde ich gleich austauschen, wenn er 5er ist. Soll ich euch machen. Soll ich euch machen. Ist ja wurscht. So, einmal. Wenigstens mal da eine los. Schüchter schüchter zu. Sehr schön, sehr schön. Und ein bisschen Gif. Das gehört dazu. Sehr schön. Windklinge. Oh, geht sich genau ums Arschlecken aus. Aber wir müssen picken. Ja, genau. Ja, da schau. Ja, woher da einfach scheiß drauf. Ich bin überbewertet. Ja, da geht einer schlafen. Und? Yes. Yes. Na, schau. Oh, gleich Stufe auch. Nice. 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 Na, gut. Da schauen wir uns einmal ein kurzes Team an. Schauen wir uns einmal ganz kurz das Team an. Im Endeffekt, wir haben eh nur noch zwei. Die sind sogar gleich einmal auf vier. Der kann sich wehren. Der wieder nicht. Wird schwer werden. Sagen wir es mal so. Wird schwer werden. In der Hoffnung, dass wir vielleicht auch nur einen Gegner kriegen. Hoffen wir es mal. Wenn wir nur einen Gegner kriegen, wäre schon Maschallah. Na, klärt's ja, aber die können sich vielleicht nicht wehren. Vielleicht. Vielleicht ist gut gesagt. Na gut. Ich würde nochmal sagen, Standard Kratzer. Auf wen ist eigentlich relativ wurscht. Und Zärtlichkeit. Ja, ja. Wir klären auf den auch noch zusätzlich. Wieso haben die Säure-Badu mich nicht? Ich kann nicht gleich wieder austauschen. Bitte nicht. Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Na gut. Wieder den Kratzer. Definitiv. Ich würde ihm sogar fast sogar noch sagen, tauschen ihm lieber aus. Tauschen einfach lieber aus. Sonst wird's arsch. Sonst wird's arsch. Ah, Schmutz. Aber ist's wurscht. Ist's wurscht. Wir haben am Start. Da sind's so richtig schiffällig. Dann sind's so. Lieber macht nur die leichte Attacke und dann nochmal die stärkere Attacke und dann weg. Weg ist er. Weg ist er. Oh, so ein Klick. So ein Klick gehabt, der Huhn. So ein Klick gehabt. Aber noch gut. So, nix. Das geht's nicht aus. Das wird's nicht. Nein, das geht's nicht aus. Scheiße. Scheiße. Wieso geht's nicht aus? Mann, komm schon. Ah, Schmutz. Schmutz einfach nur. Schmutz. Und? Um's Ohrschlecken. Um's Ohrschlecken geht's jetzt nicht aus. Wurscht. Einfach Neues. Wir machen das schon. Wir machen das schon. So. Oh, Kratzer. Kratzer. Hm. 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 Beide sind eigentlich schon fast komplett lost. Ich weiß aber nur nicht, ob das halt wieder mit der Säure dann wieder... Okay. Passt. Säure hat sich erledigt. Und? Oh, wenigstens eher. Wenigstens eher. Wenigstens eher hat's irgendwie überlebt. Ich hätt wie's auch gut gesagt. Ja, passt. Nehmeh, nehmeh. Ich weiß jetzt, will ich vielleicht Schei austauschen? Na, na, scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Machen wir den oberen fertig. Machen wir den oberen fertig. Ich mein als erstes. Jo. Ui. Hypnose auch noch. Ja, das ist ein Arsch. Ja. Und auch noch den ganz wichtigen. Aber ist ja wurscht. Was macht der andere noch? Weißt du, bitte? Ja, und so. Ah, jetzt geh ich beide nicht. Jetzt geh ich beide nicht. Arsch. 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 Tschüss, wenn es gehen würde. Wenn es gehen würde. Passt. So, Windklinge zusätzlich. Aber schlafen wir da jetzt bloß nicht ein, Alter. Aber jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir jetzt direkt wieder zurücklaufen. Genau die, die, was ich eigentlich leveln wollte. Haben wir mal anscheinend mal wieder verkackt. Super. Wurscht. Wird schon. Wird schon. Einmal kurze Heilung und Tschüss. Und dann geht es wieder gut. Hauptsache, wir haben jetzt einmal diese Fünferstufe erreicht. Weil was ist, wenn wir wirklich einmal ein Problem haben im Kampf oder wir haben mehrere Kämpfe hintereinander gehabt. Wir müssen einmal tauschen. Wir müssen tauschen. Es wird anders nicht möglich sein. Wir müssen dann in dem Fall tauschen. Und hoffen, dass wir dann irgendwie dann mit dem ein oder anderen dann richtig schön ficken. Weil ich kann mich nicht nur auf die zwei oder auf drei hauptsächlich verlassen. Das geht nicht. Ich finde es trotzdem scheiße. Die Säure haben ich nicht. Wieso haben die Säure? Und die Uhr frechert, Alter. Tag und Tschüss. Warum macht den Fünfermeier? Ach, Herr Meier, komm. Ach, Schmutz. Wieso kannst du nicht einfach ein Klick haben und dann einfach noch so BAM! Oh oh, es wird knapp. Es wird knapp. Ich glaube, ich kann sowieso langsam dann wieder zurücklaufen, gell? Aber hey, immerhin. Was ist das? Okay. Okay. Habt auch eine neue Fähigkeit. Habt auch eine neue Fähigkeit. Es ist wichtig. BAM! Der hat eine gefetzt. Der hat eine gefetzt. Ui. Bust. Bust. Gott, dass es noch überlebt hat. Gott, dass es das Vicky noch überlebt hat. Ist aber wurscht. Wir rennen zurück. Wir tun sich da mal heilen. Und dann geht es ein bisschen wieder voran hier. Müssen wir schauen. Zeig mal her, die Karten. Wir sind... Oh, da geht ein bisschen weiter mit dem Strand. Ein bisschen ist gut gesagt. Ein bisschen ist gut gesagt. So, ein Mal. Dann zwei Mal. So sieht es nämlich aus. So, tun wir das ein bisschen umgehen. Da haben wir eh schon wohl alle Meier gemacht. Ich hätte mal erwartet, dass ich vielleicht so den ein oder anderen Neuen triff. Nein, Kämpfe. Zeig her. Okay, okay. Schauen ja gar nicht einmal so schlecht aus. Schaut es aus mit Sandspritzer. Windklinge. Ich will nicht unbedingt jetzt gleich das andere ausnutzen. Aber vielleicht auch mal ein Klick. Ah ja, voll. Natürlich, dass ich ihn ja noch nicht gefangen habe. Zeig dir doch mal das auch noch nicht. Ich will ja auch noch nicht. Okay. Das ist ja voll. ich bekomme austeilen können sie bis dort jemand austeilen können sie aber wie einmal und gib ihm den Rest, gib ihm den Rest und tschüss Perfekt Next Level Bitch So, das ist aber nicht auch gehabt, du kleines Arschl Haben wir mehr gemacht Pst, das ist ein geiles Viech Nicht schlecht, nicht schlecht Ordentliche Kreatur Uh, gleich zwei, zeig einmal her Was für Stärke? Fünf? Sechs? Fünf und drei Alles klar Windlinge Bei Heine ist mir jetzt sowas von los Kleine ein bisschen A kotzenstrahl ins Gesicht gehabt Super, perfekt, hab eh mehr als genug gemacht Im Kammerl drin A Gebiet, die Tür da Geht nur wie süß Gratenschlag in die Fresse BAM Gib einmal, das ist ein Dätschneider Ist auch okay, hat sich das Ist auch okay, hat sich das Sehr schön, sehr schön, sehr schön Hm Da sieht man sogar zwei von den Viechern Muss ja nicht heißen, dass es jetzt wirklich welche sind, aber Ja, ja, oja, 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 gegen den haben wir schon mal gekämpft Du siehst aus wie ein Temtembändiger Ach nein, der läuft mir einfach so zum Spaß nach, oder wie? Äh, Natur Achso, ja, achso, ich hab's jetzt Ja, was der Anders drum Ich hab' nicht zugehört Okay, passt Entschuldigung Passt, ja, wurscht Laisen ist schwer Ich weiß eh Oh, oh, oh Oh, okay, okay Bist du deppert Hilfe sogar Boah, die sind aber schnell Mit dem Scheiß-Trick Ja, immerhin könnte wenigstens nicht so viel Schauen machen Schau mal hier Ah, gerade einmal die Hälfte, wie lieb Schau mal das Okay Gratenschlag Gib einmal, gib den Huren Windklinge Geht's ja aus Geht's ja aus Jooo Ja, Windklinge Gib mir auch noch dazu Tschüss Wir haben ja Alter, der hat aber schon mächtig ausgeschaut Ja, da erwarte ich mir aber schon, dass ich da ein paar XP da herkriege Also, für das, dass ich die Fragen eigentlich nur schlecht beantwortet hab, hab ich dennoch gefickt Aber einen schönen Tag, ja, das glaube ich auch Da ist so gleich die kleine Pussy hier Ich denke jetzt mal, dass da irgendein, so ein kleines Eck der Irgendwas der Säcke Ich will schwimmen, ich will schwimmen Ich will schwimmen Nein, lass uns kämpfen, Alter Let's go Scheißegal, was es für Fragen gibt Eifono kämpfen Eifono kämpfen Eifono kämpfen Interessiert uns da nicht Interessiert uns da nicht, Alter Was wir da für Wichser da begegnen, Alter Das ist schon aber lieber was Das ist schon aber lieber was Ich glaube, das ist die nächste Entwicklung von dem Arntviech, was wir haben, glaube ich, oder? Probieren wir nur mal kurz die Windklinge, bin mir so unsicher Eifono kämpfen Eifono kämpfen Eifono kämpfen Eifono kämpfen Ich weiß eh schon, wie das endet Wieder wie ne Pussy zurücklaufen Eifono kämpfen 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 Eifono walk the Eifono nä 것이 und wir werden gestärkt sehr schön ich habe mir schon doch kommt somit angeben dass da dann alle auf ihrem losgehen ja vielleicht doch nicht so geil und schwanzschlag haben auch noch wenigstens ich hoffe dass ich das doch auswechseln kann oder ich muss da jedes mal zu irgendwem hingehen ich darf nicht so schön herumdrucken es gab pokémon wo die wo sie dich zwanzig mal fragen wüsst du das wirklich erst muss doch mal der gemüse ist noch ganz lustig jetzt auch schon ganz oben 141 sogar oder ich habe noch gelesen kommt irgendwas von 100 alter reittiere gibt es auch das ist geil das ist geil kann ich einfach wechseln oder was das ist super das ist wirklich super ich muss nicht zu irgendeinem Arschloch hingehen extra etc wahnsinn super wirklich gut wirklich gut du musst jetzt leider wieder zurücklaufen und schauen dass ich mich da wieder heilen da müssen sich eh wieder was denken dass ich jetzt schon wieder da herkomme super der Bulle ist schon mal wieder da Wahnsinn Alter ich bin so gespannt ob es Arenen gibt oder irgendwas so top 4 mäßiges oder so wäre auch geil nicht nur einfach nur so durch die Gegend laufen sondern dass wir da auch ein heftiges Ziel haben aber wir müssen ja mal in die Akademie und da werden wir fix unviele Gegner haben damit würde ich aber auch sagen Leute haut rein bis zur nächsten Folge und